Hallo meine Lieben, eure Nina hier. Ja, das was ihr jetzt gerade eben hier seht, das sind die ersten Testaufnahmen mit meiner neuen Kamera. Denn ich habe mir eine neue Kamera bestellt, und zwar die Panasonic GH4. Und die ersetzt jetzt meine alte Nikon Spiegelreflex. Und ich bin auf jeden Fall sehr happy darüber und freue mich, die ersten Aufnahmen damit machen zu können. Denn insgesamt kann ich mich mit dieser Kamera jetzt deutlich kreativer austoben, als ich es beispielsweise mit der kleinen Vlog-Kamera kann. Die werde ich aber auch weiterhin noch für die ganzen Vlogs nehmen. Also keine Ahnung, das wird weiterhin noch so sein. Aber ab und an wird es dann auch öfters mal Videos mit dieser Kamera hier geben. Und einfach mal so ein paar Impressionen, Reitvideos oder beispielsweise auch Theorievideos. Und ja, ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen getestet. Und es sind ein paar schöne Aufnahmen, denke ich, bei rausgekommen. Aber das schaut ihr euch jetzt am besten einfach einmal selbst an. Ja, ich habe jetzt am besten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ich freue mich auf jeden Fall schon demnächst noch mehr mit der Kamera machen zu können. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video schon wieder. Ich weiß noch nicht genau, was es sein wird. Ich habe auch so ein paar Sachen schon fertig gedreht und so ein paar Sachen schon vorbereitet. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Wie gesagt, einfach nur ein kurzer kleiner Einblick, weil ich mich echt riesig gefreut habe, dass die Kamera da ist. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch bis zum nächsten Video eine sehr schöne Zeit. Tschüss!